Ja, moin moin, guten Tag zum nächsten Wochenplan. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir haben diese Woche einen einfachen, aber bunten Mix aus den Projekten, die gerade noch aktiv laufen. Ich werde demnächst auch weitermachen mit dem Resident Evil DLC. Da haben wir auch noch den einen Teil, den wir noch neu anfangen müssen. Aber jetzt habe ich mich diese Woche erst mal auf die anderen drei Projekte konzentriert. Und FIFA sowieso, da habe ich momentan richtig Bock drauf. Das macht richtig Laune. Und Assassin's Creed 2 weitergemacht. Und eben auch mal wieder Herr der Ringe. Da muss ich gucken. Ich hoffe, das klappt alles mit der Folge, ob wir den hochladen, weil momentan habe ich bei dem Spiel extreme technische Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, woher. Aber, naja, müssen wir nochmal schauen. Gehen wir mal davon aus, dass alles klappt. Dann ist es nämlich so, wie jetzt hier angezeigt. Am Donnerstag kommt dann eben diese Folge. Ansonsten muss ich schauen. Diese Woche ist auch ein bisschen, äh, nochmal wieder ein bisschen stressiger. Kommen privat nochmal Dinge, äh, dazu, wie es dann eben auch nächste Woche ausschaut mit Videos. Ähm, weil ich zwischendurch auch noch ein bisschen streamen möchte. Und am Wochenende, beziehungsweise am Sonntag ist ja schon der Super Bowl. Und da, ähm, ja, mache ich so ein kleine, mache ich ein kleines Event draus. Also nicht, äh, privat. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Sondern mit Freunden von mir. Und das möchte ich auch noch vorbereiten. Das heißt, ich brauche auch ein bisschen Zeit. Neben der ganzen Arbeit und so weiter. Sprich, da muss ich nochmal gucken, wie ich das alles mache. Aber gut. Diese Woche erstmal so, wie gehabt. Wie ihr es seht. Ich hoffe, es gefällt euch. Und dann hören wir uns in einem der Videos. Oder zum nächsten Wochenplan wieder. Bis dann. Macht's gut. Bleibt grün. Ciao, ciao.